Musik Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und zwar zum Foodtruck Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen was gekocht, ein bisschen was zubereitet und wir fahren jetzt mal zu dem Stadion rüber. Das ist nämlich immer noch das Fragezeichen, aber das müssen wir einmal freischalten. Und da kommt uns das an, haben ein paar Sachen, ein paar Achievements noch freigeschaltet. Ansonsten ja, ich werde nichts mehr zu meiner Sushi-Kunst sagen, die ist einfach schlecht. So, ich hoffe die Leute am Stadion schätzen das gute, leckere Fastfood. Ne, a la Pommes, Pizza und andere Sachen. So, wir fahren jetzt hier mal hin, zu dem schicken Stadion hier und schalten das mal frei. Ich hoffe, dass wir dann da auch eine Runde bei der Veranstaltung mal was machen können. Müssen wir hin. Dann müssen wir einfach warten. Ich weiß es nicht. Kann man hier auch warten? Ne, ne? Freien Tag, wechseln Kamerawinkel, Lichter aus, Handbrennung. Gut. So, aber hier können wir noch nicht hin. Das heißt, wir sollten vielleicht in die Partymeile gehen. Vielleicht haben die Leute... Ach, guck mal, ist gleich direkt um die Ecke. Ein bisschen mehr Hunger und sind vielleicht auch ein bisschen entspannter hier, ne? So, wir gehen mal wieder in unsere Partymeile, werden da ein bisschen kochen. Dann müssen wir mal gucken, wann wir hier das Stadion freischalten. Oder ist es das Stadion für den Wettbewerb? Das kann natürlich auch sein. So, da müssen wir hin. Ah, hier mal geradeaus und dann gleich rechts. Dann kommen wir wieder hier in die Late-Night-Action. Ah, hier vorne war es. Warte. Ein Stück zurück. Schon wieder 23 Uhr, ne? Zeit, die geht richtig rum. Music Club, Go-Go, Bananas. Ah ja, Yummy, Yummy Pie, auch gut. So. Oh, da sind schon wieder die Partypeople. So. Dann würde ich sagen, wir müssen weiter Geld verdienen, ne? Sehr schön. Da dänzen wir schon wieder ab. Machen wir schon wieder die coole Partymusik. Ist ja von Gasstations. Later sind die gleichen Wacher. So, wir machen Licht an, meine Damen und Herren. Und dann würde ich sagen, äh... Ich habe aber noch gar nicht angefangen, hör mal. So, schneiden wir erst mal zwei Dinger hier. Zwei Brötchen für Burger. Wir bereiten uns schon mal ein bisschen was vor, ne? Bevor die erste Bestellung reinkommt. Die Burger werden definitiv reinkommen. Da ist er auch schon, der erste Burger, ne? Fleisch gut durchgebraten. Zack. Zack. Und, äh, eine Scheibe Käse. Ähm. Bam. Let's go. Zweite Bestellung. Auch noch ein Burger. Und eine klassische Pommes, ne? Cheeseburger wollen die. Okay. Das heißt, wir können die Frittin schon mal fertig machen. So, Rinder. Pommes sollen... Ohne Öl kannst du nicht frittieren. Das ist klar. So, der Cheeseburger soll durchgebraten sein, ne? So, durch. Mit Käse. Mit einer Scheibe Käse. Let's go. Bestellung Nummer 1. Bitteschön. Danke. So, dann. Zwei Burger. Knuspriges Brötchen. Sehr gut. Bitteschön. So, die Frittin sollen frittiert sein, ne? Frittin oder Blut gehabt. Frittierte Frittin. Das kommt hier in Bestellung Nummer 2. Nein! Ach, verdammt. Ah, dreifach Pommes Senf. Gut, dann haben wir das schon mal ready hier. Dreifach Pommes Senf. Ja, ist okay. So, frittierte Pommes. Einmal und hier zweimal, ne? Alle frittiert, ne? Zwei. Und drei. Und Abfahrt. So, das können wir ausmachen. Dreimal Pommes. So, einmal mit Senf. Das und ein Zwiebelburger. Äh, roh gebraten und Senfsoße. So, mach an hier. So, frittierte Frittin. So, das war einmal mit dreifach Senf. Oh, das war roh gebraten, ne? Das war der Burger. Dann machen wir das gleich drum. Das war dreimal Senf. Das war Bestellung Nummer 3, ne? Also die hier. Lüsche. So, dann Pommes, Mozzarella, Ketchup. Habe ich noch Mozzarella geschnitten? Natürlich nicht, ne? Wir schneiden mal kurz. Einmal unsere Mozzarella. Und von hinten nach vorne klappe ich besser, weil... Ein paar mehr Stücke raus, ne? Fünf Stück sogar. Nein. Frittierte Frittin. Mozzarella mit Ketchup. Jupp. Und einmal mit Mayo, ne? Sehr gut. Zack, zack. Einmal. Zweimal. Tschüss. So, bitteschön. Zwiebelburger. War zweimal Zwiebelscheiben. Oh, ich habe nur noch eine. Wo wollte ich da noch reicheln? Das geht noch so. Ja, ja. Stress doch nicht rum hier, Kollege. Ah, Senfsoße. Und fertig, ne? Sehr schön. Das war Bestellung Nummer fünf. Bitteschön. So, Bestellung Nummer sechs ist ein Tomatenburger. Sehr gut. Das heißt, wir müssen erstmal wieder ein Band schneiden. Super. So, das heißt, die Zwiebel können wir jetzt mal wieder hier reinpacken. Sehr schön. Und einmal. Zweimal. Äh, zwei Tomatenscheiben und roh gebratenes Beef. Haben wir noch Tomatenscheiben? Jo, haben wir sogar noch zwei. Tip top. Ah, ist das herrlich. So, knuspriges Brötchen. Kommen wir noch neue Bestellungen? Kommen wir so ran, ne? So, roh gebraten. Zwei mal Tomaten. Eins. So. Zwei. Und ab dafür. Bitteschön, junge Dame. Was? Durchschnitt? Hä? Der war tip top? Also, manche Leute sind einfach undankbar, ne? So, die Mozzarella packen wir mal hier rein. Da können wir nämlich nochmal vielleicht Tomatenscheiben schneiden. Das bereiten wir auch nochmal vor. Wir haben hier wieder Slots frei. Fünf Tomatenscheiben. Kommen wir jetzt hier rein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ne. Fünf. Gut. Dann würde ich sagen... Let's go. Ach ne, erstmal sauber machen. Erstmal ein bisschen sauber machen hier. Gucken wir mal, ob wir in dieses Stadion reinkommen. Wobei das, glaube ich, ein Nachmittag sein sollte, ne? Müssen wir gleich mal hin. Äh, einmal hier putzen. So. Dann den hier, den hier. Hände voll. Ausgang sicher. Jo. Sehr schön. Dann haben wir es auch. So, was haben wir denn noch frei hier geschaltet? Das ist wieder der Standard. Wir fahren jetzt doch nochmal zum Stadion und gucken mal, ob wir da weiterkommen. Vielleicht gibt's ja da irgendwie... Da muss der irgendwie hin. Ich weiß nicht, wie wir das freischalten, aber es muss ja irgendwie funktionieren. Ja, wir sind falsch gefahren. Verdammt. Ah, wir können auch hier hin. Was ist denn hier los? Können wir was freischalten? Oder ist das ein Achievement? Was freigeschaltet? Neue Farbe. Ach so, okay. Das sind auch so Achievements, die wir hier haben. Wir gucken nochmal, ob wir hier auch beim Event, beim Stadion irgendwas machen können. Da vorne ist das Stadion. Aber ist doch gerade keine Veranstaltung, ne? Da werden wir dazu auch eingeladen. Gucken wir nochmal. Das ist halt zu früh für Stadion, ne? 8.39 Uhr, da geht halt niemand ins Stadion. Aber vielleicht können wir das ja irgendwo mal freischalten hier. Ja, hier geht noch nix, ne? Oder wir müssen ja einmal rumfahren. Eigentlich. Also hier scheint irgendwie... Ah, da vorne, oder? Oh, da sind noch neue Reifen, die wir freischalten. Wahrscheinlich. Cool. Ah, okay. Neues Autoteil freigeschaltet. Aber hier schauen wir noch nichts machen zu können. So, wo können wir denn noch hin? Wir haben hier City Park. Das ist ja das. Und wir können bei Marina Bay wieder hin. Ah, gehen wir da hin. Ich hoffe, wir können echt bald mal das Stadion freischalten. Man muss hier einfach ein bisschen warten, ne? Gehen wir mal zu Marina Bay. Also Klamotten haben wir auf jeden Fall noch genug. Wobei, bei Marina Bay, da werden die wieder hier dieses komische Sushi essen, ne? Ja, ich sag nichts mehr zu Sushi. Guck mal, da ist auch noch so ein Teil. Aber wahrscheinlich... Gucken wir da rein? Noch ein neues Autoteil freigeschaltet beim Spiegel. So. Ach komm, wir gehen hier rechts. Ja, kochen. Oder? Ah, nee, ist wieder ein Business-Bereich. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Nee, 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 nee. Nicht so ein Business-Bereich. Ach, guck mal, das ist eine Baustelle. Das ist auch random heute, ne? Marina Bay. Ui. Guck mal, das ist hier. Wo bin ich hier gerade? Ich bin da richtig falsch hier. Oder? Ah, da können wir doch lang. Sehr gut. Hier ist geschlossen. Und wir können aber trotzdem hier lang. Ah, hier war die Werft, ne? Sehr gut. Ah, ich würde echt interessieren, wenn das Stadium freigeschaltet ist. Das ist immer noch ein Fragezeichen. Aber könnte auch für den Wettbewerb sein. Oder man muss noch ein Level schaffen, damit man das erreichen kann. So, wir sind mal wieder zurück am Strand hier. Ah, was tun wir hier hin? Sehr gut. Let's go. Aber wir brauchen nicht mehr so viel Geld, ne? Müssen wir nicht mal Geld sparen. Ich glaube, wir sind zu langsam, ne? Verdiene ich genug Geld. So, zurück zum Strand. Beach-Bali, Leute. Uh, uh. Mahlzeit, hallo. 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 Ach, herrlich. Guten Tag. Äh, wir brauchen erstmal wieder hier. Frisches Oil. Mach voll hier. So, ein paar Burger-Buns hier. Wo sind sie? Neue Bestellung. Pizza Capriciosa. Oh, wir dürfen mal wieder Pizza machen. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt, ne? So, dann machen wir mal eine Pizza. Wo habe ich denn den Pizzateich? Habe ich den hier im Kühlfach? Ah ja, hier. Ne, Mozzarella. Mozzarella. Habe ich gar keinen Pizzateich mehr? Leute. Ähm, wo habe ich den im Kühlschrank? Ah, hier. Ja, ist doch gut, Mann. Echt. Die Leute, die mal stressen hier, ne? So, leckere Pizza. Oh nein, salziger Futomaki wieder. Och, ne, Leute. Ihr seid doch echt das Letzte. Kann doch wohl nicht sein. Ach. Verdammt. Ich dachte hier, die Leute essen vernünftiges Essen, ne? Aber, naja. So, Capricciosa, Schinken, Mozzarella und, äh, ja, genau. Gut. Haben wir Mozzarella nicht geschnitten? Ja, natürlich haben wir das. Dann einmal, äh, Champignons. Die haben wir hier noch. Ah, die sind abgestanden. Nein, die müssen wir leider wegschmeißen. Müssen nochmal neu schnibbeln. So, frische Champignons. Ach, guck mal, da haben wir sogar noch. Ja, ist sogar noch gut. Und, äh, ein Stück Schinken. Haben wir noch Schinken irgendwo hier? Nee. Haben wir überhaupt noch Schinken? Ach, hier, eine Scheibe Schinken haben wir noch. Haben sie Glück gehabt, ne? Haben sie echt Glück gehabt, heute. Let's go. So, Pizza backen. Und dann wieder hier die Leute mit ihrem, ach, vegetarisch Futo Maki und, was hab ich nicht gesehen? Maki, Maki. Sollen die Pizza werden? Sollen die gut durch werden, oder? Äh, wie, irgendwie. Äh, gebackener Teich, ne? Okay, gut, das können wir relativ fix hin. Der ist noch hoch. Gut. So. Äh, Basis Nori. Haben wir noch Basis Nori? Leider. Eins. Zwei. Dann brauchen wir Reis. Der Reis soll jeweils gekocht sein. Gut. Eins, zwei. Eins, zwei. Gebackener Pizzateich. Können wir eigentlich anlassen, ne? So, die Pizza müsste so gut sein. Das ist Bestellung Nummer uno. Das war noch eine normale Bestellung. Bitteschön. Dann brauchen wir gekochten Reis. Jo, einmal. Danke. Bitteschön. Zweimal. Äh, Oshinko. Avocado, Avocado. Oshinko muss ich erstmal wieder schneiden, ne? Haben wir überhaupt noch Oshinko, oder habe ich den komplett rausgeworfen? Habe ich noch Oshinko? Boah, sieht schlecht aus. Oshinko ist gerade aus. Na ja, gut. Gibt jetzt halt keine Oshinko dazu. Kanop, na poi. Erstmal der Avocado hier rein. Ah, nee. Das ist salziger Futumaki. Avocado. Avocado. Das kommt erstmal hier drauf. Surimi. Was ist das denn her? Ich glaube, ich habe die ganzen Sachen rausgeschmissen, ne? Ah, nee, guck mal. Das geht noch. Das geht halt drauf. Und Surimi. Habe ich Surimi überhaupt? Ich glaube, Surimi ist aus, ne? Und... Ah, nee. Jetzt Peperoniwurst. Nö. Haben wir nicht. Gut, dann... Räumen wir den mal hier. Drei Stücke muss reichen. Also, mehr gibt es ja auch nicht, ne? Also... So, das ist die zwei. Und was will er noch haben? Mit Lachs. Lachs immer geschnitten. Jo, Lachs haben wir hier. Und der will das auch mit Sojasauce. Die wollen alle dieses komische Zeug hier. Ich hasse das. Kanapoi haben wir irgendwo. Aber... Das ist andere Zeug nicht. Wie heißt denn das? Ne, haben wir doch nicht mehr. Schade. Ach doch, guck mal. Da ist doch... Da ist diese Surimi. Dann kriegt er das hier. Hände voll. Das geht nicht drauf. Okay, gut. Dann... Avocado, Avocado. Die können wir nochmal schneiden. Aber es wird nicht großartig werden. Ich sage es Ihnen gleich. Also... Sushi bei mir essen ist... Ist ein Abenteuer. Boah, die Leute, ne? Einfach maximal ungeduldig hier. Komm. Aber das war gut gemacht. Aufsichtsweise, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie mal richtig hinbekommen, ne? Das geht viel zu schnell, ne? Ja, fast. Ja, fast. Gut. Eins. Zwei. Drei. Vielleicht schmeckt es Ihnen ja. Ah, tschüss. So. Tschüss. Das, das... Nuri und Pizza wollen die, ne? Natürlich. Ähm... Pizza. Pizza finde ich gut. Pizza finde ich gut. Aber der Rest ist halt... Weiß ich nicht. Gefällt mir nicht. Zumindest kriegt die Pizza wahrscheinlich hin. So. Äh... Mozzarella, Zwiebel. Zwiebel. Eine Zwiebel. Und eine Champignon. Champignon muss ich erst wieder schneiden, ne? Ich glaube, da hatten wir auch nichts mehr hier, ne? Doch. Da. Die essen keine Burger hier. Champignon, dann war es das, ne? Ab in den Ofen. Pizza. Bäm. Komm. So. Die Champignons können wir hier erstmal wieder reinpacken. Burger wird hier wohl nicht bestellt. Deswegen können wir das auch erstmal wegpacken. Und... Äh... Ansonsten wird noch hier... Ein bisschen Reis gebraucht, ne? Zweimal. Beiden weich, ne? Ja, sehr gut. Let's go. Einmal gewürztes. Einmal normales. Backener Pizzateich. Die ist, äh... Drei, ne? Sehr gut. Hm. Ah, die weiche Reis wollen die haben, ne? So. Ne, gekochter Reis. Einmal. Ach, komm. Ich geb's auf. Ich geb halt auf hier mit dem doofen Zeug hier. So. Wollen wir noch irgendeine Soße dazu haben? Ne. Oshinko. Haben wir nicht mehr. Haben wir nicht mehr. Wir haben nur noch einmal Avocado. Oshinko. Hatte ich noch mal Oshinko. Das war das... Das hier, ne? So. Ähm... Müssen wir nochmal schneiden hier. Zwei mal Avocado. Der will Sorimi. Gut. Können wir das erstmal hier wieder reinpacken. Der will auch Wasabi. Der andere will nix. So. Dann brauchen wir noch... Äh... Oshinko. Oshinko. Haben wir nicht. Pepperoni-Wurst. Ja. Aber ansonsten... Ach hier. Kanapki haben wir noch. Oder wer das heißt. Gut. Würde ich sagen. Rollen wir mal den Spaß hier. So. Was will der denn da haben? Sorimi. Sorimi. Äh... Ein... Das muss erst geschnitten werden. Okay. Okay. Gut. Das ist das. Das. Und... Das. Ja gut. Da wäre es ein bisschen negativ. Ja. Zu spät. Ich weiß. Ja. Bon Appetito. Das ist irgendwie... Nix Bon Appetito. Zweimal davon. No, no, no. No, no, no. Dann noch so ein Kanapki hier. Das haben wir doch hier drin, ne? Die haben wir nicht mehr. Können wir auch mal wegschmeißen hier. Ah, hier. So. Und Wasabi, ne? Ah, Mist. Wir sind zu weit gedreht. Naja, gut. Komm. Machen wir es fertig. War nicht das Beste. Wir fahren hier nicht mehr hin. Gar kein Bock mehr. So, Leute. Wir sind fertig. Ich bin am Ende mit meinen Nerven hier. Mit diesem... Mit dieser Küche hier. Ja. Schönen Tag noch, ne? Beschweren Sie sich woanders. Gar kein Lust mehr. So, das brauchen wir nicht sauber machen. Wir müssen hier einmal putzen. Dann würde ich sagen, Leute. Soll es das für heute erstmal wieder gewesen sein. Mit einer weiteren Folge hier. Zum beliebten... Ja, hier. Imbissbudensimulator, ne? So. Wir müssen mal gucken, wie wir das Stadion frei bekommen. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ja. Und sage mal, bis dahin. Tschö, tschö. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homa. Ciao, ciao.